Was ist das? Oh Gott! So, es ist mitten in der Woche und ich hab mal wieder Bock, mich schön erschrecken zu lassen. Äh, Herzschrittmacher hab ich schon angeschlossen. Jetzt brauch ich nur noch dieses Teil. Und ähm, ich würd sagen, dann legen wir los und äh, sehen uns gleich wieder. Bis gleich! So, mein Standardspruch, ich hoffe, man hört mich. Controller funktioniert auch. So, und das ist jetzt der dritte und letzte Floor. Karneval passt ja! Ja, es ist hier, äh, wie heißt das Zeug? Weiber passt noch? Ich glaub, das hat auch irgendwas mit, äh, Karneval zu tun. So, jetzt müssen wir hier, ähm, Schauen. Ah, so. Tja, und wenn das immer ansteigt, also der Gruselfaktor, dann bin ich jetzt voll im Arsch! Juhu! Oh mein Gott! Es geht schon wieder los, es geht schon wieder los. But well, I don't care. Diesmal kriegt ihr mich nicht. Oder vielleicht doch, verdammt der Scheiße. Urbarm hier den Karneval. Aber was steht denn da unten eigentlich? Alter, seht ihr das? Was steht denn da unten? Da kann ich mich eigentlich drücken. Es steht noch Service, Alter. Werden da die Requisiten angefertigt, oder was? Da werden die Kinder betreut. Da ist die Kita. Die werden dann so fertig gemacht. Tidiri! Haben wir jetzt jemand angerufen. Oh Gott! Juhu, Karneval! Oh, geil, Alter! Was ist das hier? Damned Nation. Alter, das ist doch das neue Spiel, was 2015 erst rauskommen sollte. Dann gehen wir nochmal da lang. Was gibt's hier? Äh, schon wieder Damned Nation. Äh, gibt's hier nur ein Spiel, oder was? Wall of Death. Das ist immer was Gutes. Oh, hier gibt's Hot Dogs, hallo. Hallo. Hallo, ich will einen Hot Dog. Wie ist der? Gibt's ja auch so eine Klingel. Ding! Wo man draufdrückt. Hier an der Rezeption. Aber, ähm, auch ganz schön leer hier, würde ich sagen. Also, Karneval-Stimmung kommt hier auch nicht auf. Das, äh, muss man noch verbessern. Äh. Was ist das? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh, darauf war wie... Alter, die... Okay, das Video schon wieder hängt, ey. Die fällt mir schon wieder fast aufs Gesicht... Äh, aus dem Gesicht. Darauf war ich jetzt überhaupt nicht vorbereitet, ey. Scheiße, oh. Oh. Barrels! So. Fan Festival, yeah. Das war ja... Das ist ja bis jetzt schon so was von funny hier. Hey! Wie waren wir da eben schon? Gibt's jetzt hier die Hotdogs? Keine Hotdogs da? Nein, wir haben nichts. Uuuuuh. Na, zumindest ist es jetzt schon ein bisschen heller als vorher. Als die anderen Kapitel. Die waren ja so schweine-duster, dass sie ja die Hand vor Augen nicht gesehen. Scheiße. Hätte ich bloß nichts gesagt. Hätte ich bloß nichts gesagt. Hätte ich meine Klappe nur gehalten, Alter. Zirkus. Das wäre ja... Ich dachte, wir wären schon im Zirkus. Was ist das eigentlich hier für ein Eingang? Das ist ja ein sehr geiler Empfang. Alle... Buden sind ja auch zu. Hallo? Hallo? Wo wohnt hier der Clown drin, oder was? Scheiße, soll ich da jetzt rein? Ist ja schon in Ordnung, Alter. Ich geh ja schon. Alter. Ich dachte, Clowns sind immer freundlicher gesonnen. Also für kleine Kinder ist das hier auch nichts. Der Zirkus. Den kann ich nicht unbedingt empfehlen. Alter, was geht denn jetzt hier? Achtet mal auf eure Sicherheitsverkehrungen, Jungs. Also mit den Sicherheitsstandards hier, äh... Da müssen wir nochmal drüber reden. Das... Das geht so nicht. Ich glaube, hier wird sich nie wieder jemand draufsetzen. Wahrscheinlich ist hier auch schon mal... Und hier überall Damned Nation. Aber wahrscheinlich hat hier jemand einen 50-Euro-Schein reingesteckt und hat dann die ganze Zeit verloren. Ha! Und hat dann alle Teile hier eingetreten. Noob! Oh, hallo. Wo ist das? Aber es hängen übrigens. Oh Gott, jetzt kommt Musik. Ho! Ho! Lalalala, spiel doch mal... Spiel doch mal Musik. Hallo! Was ist das denn für ein Vieh, ey? Äh, okay. Ähm... Ich lasse dich da mal in Ruhe fressen. Dem Pferd scheint es ja noch gut zu gehen. Oh Gott. Was lachst du so? Hier gibt es nichts zu lachen, verstehst du? Komm her, wenn du was willst. Ich finde es langsam nicht mehr witzig. Was ist das jetzt hier? Hey, Zirkus, was ist das hier? Was willst du denn? Was ist denn dein scheiß Problem? Ja, pack dir nur einen Sack. Alter, was ist denn das für ein komischer Clown? Wenn sie jetzt das Ding anfängt zu drehen... Oh! Weee! Oh, geil, Alter! Da will ich drauf, da will ich drauf! Los, los! Schneller, schneller! Ich will da drauf! Scheiße, können wir da nicht drauf? Woo! Habt ihr gesehen? Der einer hat gekotzt. Ihhh, Alter! Der sprüht runter. Alter, was ist denn dein scheiß Problem, Junge? Jetzt komm halt her, wenn du ein Problem hast! Das ist eskaliert schnell. Jetzt kann man doch von Mann zu Mann klären. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Junge! So ein Spacko! Wer liegt denn hier schon wieder? Oh, das Pferd. Sieht doch ganz schön abgemagert aus. Das war auch mal größer. Tja, was gibt es hier noch? Oh, Schalter umlegen. Do not touch. Hä? Was geht denn jetzt? Ähm. Äh, ich verpiss mich dann mal wieder. Alter, hallo. Na, wie geht's? Ja, Alter, du hast Mundgeruch. Verpiss dich doch jetzt mal. Alter, das war's schon, oder was? Das war ja lächerlich. Hört ihr lächerlich? Geh nie wieder im Zirkus. Also das lass ich mir ja nicht mehr bieten. Aber zum Glück war es nicht so schlimm wie die anderen mal, ey. Oh, Credits. Was gibt es denn hier noch? Credits? Credit Cards? Achso. Hä? 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 Dann drückt doch auf den Abonnieren-Button. Und, ähm, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und ich verabschiede mich jetzt erstmal. Bis dahin. Tschau. Das war's. Vielen Dank.